Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Lernvideo von Plakos. In diesem Lernvideo erfährst du, wie du dich auf das Polizeiauslaufverfahren im Saarland optimal vorbereitest. Fangen wir also an. Das Auslaufverfahren der Polizei Saarland wird an mehreren Prüfungstagen durchgeführt und besteht aus vier Teilen. Dich erwartet ein Sporttest, eine schriftliche Prüfung, eine mündliche Prüfung und die polizeiärztliche Untersuchung. Nur wenn du alle Prüfungsbereiche erfolgreich absolviert hast, hast du die Chance auf eine Einstellung bei der Polizei Saarland. Der Einstellungstest der Polizei Saarland startet mit der Sportprüfung und umfasst vier Disziplinen zur Überprüfung deiner Ausdauer, Kraft sowie Koordination. Der Standweitsprung Aus dem parallelen Stand musst du von einer Markierungslinie beidbeinig nach vorne abspringen und so weit wie möglich kommen. Dabei darfst du mit den Armen Schwung holen und die Knie beugen. Du hast drei Versuche und das beste Ergebnis zählt. Der Hindernislauf bzw. Kasten-Boomerang-Test Auf dem Feld bildet eine Seite die Start- und Ziellinie. An den drei anderen Seiten stehen offene Kastenteile, welche fünf Meter voneinander entfernt sind. In der Mitte steht eine Markierung. Du musst zur Markierung in der Mitte laufen, dann rechts abbiegen und unter den ersten Kasten hindurchkriechen, hinüberspringen und wieder zurück zur mittigen Markierung laufen. Das wiederholst du für jeden Kasten, bis du wieder an der Start- bzw. der Ziellinie stehst. Den Parcours solltest du dir gut merken, denn du hast nur einen Versuch. Der Klimmzug-Hank Du hängst schulterbreit mit beiden Händen und gebeugten Armen an einer Metallstange. Die Kinnspitze berührt die Stange, darf jedoch nicht abgelegt werden. Wenn du die Klimmzug-Hankposition erreicht hast, startet der Testleiter die Uhr. Wenn sich deine Kinnspitze von der Stange löst, wird die Uhr gestoppt. Der 12-Minuten-Lauf- bzw. Cooper-Test Insgesamt 12 Minuten läufst du in Runden. Bewertet wird dabei die von dir zurückgelegte Distanz auf 25 Meter genau. Du darfst zwischendurch gehen, aber keinenfalls anhalten, denn dann wäre der Test beendet und ungültig. Außerdem musst du im Vorfeld mit deiner Bewerbung das Schwimmzeichen in Bronze einreichen. Tipp von mir Beginne bereits 6 Wochen vor dem Sporttest mit einem zielgerichteten Training, damit am Prüfungstag nichts schief gehen kann. Die Polizei Saarland führt den schriftlichen Teil mit Multiple-Choice-Aufgaben noch auf Papier durch. Abgefragt werden die Bereiche Allgemeinwissen, Politikwissen, Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, Merkfähigkeit und Konzentrationsvermögen. Noch ein Tipp von mir, bleibe ruhig und konzentriert. Du musst nicht alle Aufgaben richtig bearbeiten, um zu bestehen. Kommen wir zur mündlichen Prüfung. Ziel des Interviews ist es, deine charakterliche Eignung für den Polizeiberuf sowie deine Motivation und Teamfähigkeit zu testen. Achte auf ein ordentliches Erscheinungsbild und zeige dich von deiner besten Seite. Du darfst dich hier vorstellen und musst ein paar freie Fragen zu dir, deiner Selbstpräsentation und deinem Werdegang beantworten. Neben diesen bekommst du auch situative Fragen gestellt. Dabei musst du dich in die Rolle einer Polizistin bzw. Polizisten versetzen und eine von den Prüfern vorgegebene Situation bewältigen. Tipp, nicht nur deine Antworten zählen, achte auch auf deine Ausdrucksweise und dein Auftreten. Die polizeiärztliche Untersuchung der Polizei Saarland dient der Ermittlung deiner Polizeidiensttauglichkeit. Die Untersuchung umfasst unter anderem ein Hör- und Sehtest, ein Belastungs-EKG, eine Urin- und Blutprobe, einen Lungenfunktionstest sowie eine gründliche körperliche Untersuchung. Nach Feststellung deiner Tauglichkeit bekommst du entweder eine direkte Zusage oder du wirst in einer Rangliste eingeordnet. Wir hoffen dir einen guten Überblick zum Auswahlverfahren bei der Polizei Saarland gegeben zu haben. Um das Auswahlverfahren zu bestehen, solltest du dich in jedem Fall gut darauf vorbereiten. Unten haben wir dir passende Lernmaterialien bestehend aus Kursen, Apps und Büchern verlinkt. Schreibe uns gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere Fragen zum Einstellungstest hast. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plagos-Team. Bis zum nächsten Mal.